Hallo, heute ist es wieder Lu4u. Ich wollte euch nur kurz ankündigen, dass das Video, das eigentlich heute kommen sollte, erst morgen kommt, weil der Computer braucht zu lange, um das Video hochzuladen. Und deswegen kommt es erst morgen. Es tut mir leid. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Lu4u.